Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Immobilienbesichtigung. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns heute gemeinsam eine Eigentumswohnung in Schwächert an. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt, damit ihr kein Video mehr verpasst. So, los geht's. Die Wohnung hat drei Zimmer, ca. 75 Quadratmeter. Ich bin schon in der Küche, hier sehr stylisch, mit dem Kochfeld in der Mitte, wo der Dunstabzug schon integriert ist. Und jetzt zeige ich euch, was die Küche kann. Ich kann nämlich zaubern. Und dann drückt man nur hier und dann geht das wieder zu. Toll, oder? Die Küche, ganz in Weiß gehalten, bleibt in der Wohnung. Hier neben dem Essplatz geht es hinaus auf die Terrasse. Die Terrasse hat ca. 28 Quadratmeter und ist von allen Räumen begehbar. Man erkennt gut, wie schön groß die Terrasse ist. Es gibt Platz für einen Esstisch, für Sonnenliegen, für eine Chillout Area. Und wie schon gesagt, die Terrasse führt um die ganze Wohnung herum. Übrigens, das werde ich oft gefragt, diese Elemente hier kann man verschieben. Also hier hat man zusätzliche Sonnenschutz. Und ein tolles Extra, das diese Terrasse auch noch hat. Es gibt einen Wasseranschluss und ein Licht. Der Wasseranschluss ist übrigens frostsicher. Alle Fenster verfügen übrigens über RAV Stores. Die sind elektrisch bedienbar. So, weiter geht's. Jetzt zeige ich euch das erste Schlafzimmer. Eine sehr schöne Größe. Und alle Räume sind übrigens ausgestattet mit Echtholz-Pakettböden. Die Wohnung befindet sich übrigens in einem Neubau. Das Haus ist 2016-2017 fertiggestellt worden und verfügt dadurch über die modernste Technik. Geheizt wird mittels Fußbodenheizung über Fernwärme. Die monatlichen Betriebskosten sind auch sehr gering. Die sind nämlich nur 209 Euro. Also wirklich günstig. Das Vorzimmer finde ich auch ganz toll, weil es nämlich sehr viel Platz hat. Und ich habe hier viel Stauraum. Und auch hier Platz für eine Garderobe. Und alle Räume sind zentral vom Vorzimmer aus begehbar. Ein Abstellraum hat die Wohnung auch. Und hier geht's dann ins Schlafzimmer. Zur Anlage gehören übrigens noch sehr großzügige Allgemeinflächen dazu. Es gibt im Hof einen Kinderspielplatz. Es gibt eine Parkbank, wo man sich hinsetzen kann. Und zusätzlich zur Wohnung kann man noch einen Tiefgaragenplatz erwerben oder zwei oder drei. Die Tiefgaragenplätze sind alle sehr schön groß. Die haben nämlich alle eine Größe von, eine Breite von mehr als 2,60 Meter. Also super, wenn man die Türen aufmachen will, wenn man Einkäufe im Auto hat. Also das ist wirklich ideal. Ich freue mich sehr, wenn euch die Wohnung gefallen hat. Dann schreibt mir oder ruft mich an. Ihr findet die Kontaktdaten in der Infobox. Und alle weiteren Daten zur Wohnung ebenso in der Infobox. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye. 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 Bye.